So, da sind wir und weiter geht es mit Elden Ring. Yes, yes, yes. Ich bin so gespannt darauf, wie das jetzt hier weitergeht, wo wir hier rauskommen. Ich will mir das alles ganz vorsichtig angucken. Erwartet schon der nächste auf uns. Ah, okay, das ist so ein kleiner. Okay, der kommt schon. Der nimmt schon Anlauf, nicht so. Komm her. Nicht runterfallen, bitte. Warte, machen wir das so. Okay. Ich mache mal. So. Und ich auch, ne. Auch so. Haha, sehr gut. Da ist doch eine Sängerin irgendwo, ne. Da hängt noch einer. Kann man denn auch? Aufhecken. Die kann man so machen. Kommt immer näher, die Sängerin. Alter. Spür durch Stein 4. Es lohnt sich voll, in den Minen reinzugehen, da. Habe ich aber noch nicht gemacht, so zu farmen in den Minen. Da kann man gute Sachen finden. Was? Okay, jetzt sind sie. Alter, ey. Da sehe ich eine Leiter. Da geht's da rüber, ne. Uh, was? Da geht's so rüber, weil dann ist Ende, ne. Man kann gegen die kämpfen und den Looter holen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir da ganz hoch kommen. Das ist nur so ein Nebending. So ein Nebenzweig. Ich habe auch keinen Bock, jetzt gegen den Fetten da zu kämpfen. Da drauf, da sterben wir. Das sehe ich schon. Wir können ja immer noch hier zurückkommen. Ich will wissen, wo dieser Pfad endet. Schmühlig sein, 4. Jetzt werden die alle wach. Singt jetzt nicht mehr. Das sind zwei Sängerungen. Okay. Die kommen jetzt gucken. Wir müssen die aber machen, ne. Wenigstens eine. Komm her. Komm her zu mir. Okay. Okay, wie machst du's scheiße? Alter. Nichts da. Nichts da. Alter, wieso ist die so hart? Nichts da. Hab ich gesagt. Irgendwas hat uns ein bisschen vergiftet. Nein. Weg hier. Weg hier. Weg, weg, weg. Okay. Okay. Da hin. Wieso nimmt er das nicht an? Mein finalen Abschluss. Kolone Rune. Spiele Stern 3. Da ist er. Da ist er. Damit können wir jetzt unser Großschwert nochmal eine Stufe verbessern. Sehr geil. Und noch ein Ruhnbogen. Das finde ich alles klasse. Äh. Ist das hier kein Aufzug? Doch. Das ist ein Aufzug. Auf geht's in die nächste Etage. Immer höher. Immer höher. Und ein Ort der Gnade. Geil. Und ein Ort der Gnade. Rasten bitte. Jetzt gehen wir mal. Oder können wir jetzt dahin gehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Aussichtspunkt. Verhülltes. Alter. Warte. Warte. Wie heißt der? Unübersichtspunkt. Ne? Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Was kann man hier aussehen? Noch weiter oben. Da. So. Ich will jetzt zum Ort der Gnade. Genau. Wir haben jetzt Schmiedestein. Das wollte ich. Das war ich jetzt die ganze Zeit am überlegen. Nein. Keine Markierung. Dahin reisen. Einmal zu unserem Freund hier. Reden. Bla 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 bla. Naja. Spielt keine Rolle. Waffe verstärken. Jetzt haben wir genau vier Stück. Und wir haben auch 1272 Wunen. damit wir das verwirklichen können. Bevor wir da wieder sterben. Und die ganzen Runen sind weg. Aber das ist nochmal verstärkt. Und jetzt braucht der Schmiedestein drei. Sechs Stück. Alter. Okay. Wir sind jetzt aber auf Fluss neun. So. Jetzt können wir direkt wieder weitermachen. Aussichtspunkt war das doch. Ja. Das war der Aussichtspunkt. Und mach mal bitte Tag. Zeit vertreiben bis zum Morgen. Das ist ja wieder so ne Sängerin. Eieieieieieieieiei. Oder sind da jetzt wieder drei. Oh da ist ein Boss. Was? Das ist ein Boss. Colin ist Rufzeichen Okay, wir können Leute holen Können wir die beide holen oder einen davon? Machen wir das jetzt Machen wir jetzt Bossfight Bossfight Äh, warte Können wir Was bist du für einer Schwarzwache Verbruch Du hast einen coolen Hammer dabei Komm, dich holen wir Können wir dich auch noch holen? Ey, den können wir auch noch rufen Zwei Leute Ich weiß nicht, was auf uns erwartet Oh, das geht nicht Doch Beide können wir auch rufen Okay, dann Attacke Leute Und du kriegst dann auch ein paar Wölfe Ich weiß nicht, wer das ist Was das für ein Gegner ist Oh, okay Kein Feuer Kein Feuer Kein Feuer Der macht Laber, ne? Scheiße, der ist schwer Alter, der ist voll schwer Hand nicht mal Hand nicht mal bitte Alter, geht ab Weg, weg Alter, echt Eieieiei, musst du aufpassen Seine Moves Alter, was macht er denn hier für Sachen? Warte, wir haben den gestackt Warte Yes Jetzt klappt das mal Wir machen voll wenig Schaden, echt? Weg, weg aus der Lava Alter Scheiße, echt Weg, weg, weg von da Ich treffe den gar nicht Alter, hat er mich getroffen Weg Der macht ja wieder jetzt diesen Ruf Alter, halt Er ist nicht zu schaffen Nein Weg aus der Lava Krass Nein Das ist hier denn gar nicht Alter, wieso macht er sowas mit mir? Das macht kaum Schaden Mit dem aufgeladenen Weg, weg, weg Krass Wir hatten sogar die Rune, ne? Die Rune Und trotzdem haben wir denn so wenig Schaden gemacht What? Und jetzt haben wir die Rune nicht mehr Krass Aber wir haben noch zwei Stücke im Inventar, ne? Wir können auch welche kaufen Das ist ja echt heftig Wir machen das einfach so jetzt nochmal Auch ohne Rune Einfach mal testen Aber dem machst du kaum Schaden, ne? Okay Macht er jetzt wieder Mieterfest Der hängt nicht fest Der hängt nicht fest Leute, greift er mal an Guck mal da Okay, weg Direkt macht er so Schaden da, ne? Super Voll in Schaden gemacht Macht er alle erstmal platt hier Direkt tot Direkt tot Was? Direkt nochmal Das war aber eine schnelle Runde jetzt Vielleicht muss man echt ein bisschen noch leveln Dann nochmal hinkommen Hi Kommst du? Da hängt er irgendwie, ne? Du bist ein Böser Weißt du das? Ich wollte dir doch Schaden machen Das hat wieder so ein Ausraster hier Guck mal da hin Boah, guck mal direkt das ganze Leben weg Ja Ja Müsst du mal ausrasten Ja, Alter Okay Der ist gefährlich, der Move Weg aus dem Feuer Aus der Lama Nein, 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 nein Oh my God Okay Das ist aber auch cool, irgendwie Das ist auch machbar Das ist auch machbar Ein paar Mal machen wir den Komm, einmal will ich noch Einmal will ich noch Okay ありがとうございました Hi Hi. So, durch den Nebel. Bitte. Okay, da haben sie es gesehen. Dann kommen wir zu dir, wenn du keinen Bock hast. Alter, echt, da macht er... Okay, ich muss den erst mal lernen. Ist das ein Assi? Okay. Nein, heilen. Nein. Fremden, fremden. Weg, weg, weg. Keine Ausdauer mehr. Ai, 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 a. Super, super gemacht! Weg Alter Warte Kriegst du doch mal einen ins Gesicht Alter Jetzt hat er meinen Kollegen und mich auch noch Siehst du, ein paar mal machst du den Und dann legst du den Okay, wir müssen aber hier eine Pause machen Das ist cool, das ist echt zu schaffen Alles klar, ich sage danke Und bis gleich, ciao